Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr ein Wohnmobil gemietet und bin damit von Deutschland aus über Großbritannien nach Irland gefahren und wieder zurück. Nicht nur ich alleine, ich hatte noch Begleitung und ich möchte einmal teilen, welche Erfahrung ich gemacht habe, was für mich alles wichtig wurde im Verlauf dieser Planung und der Reise an sich und hoffe, dass damit für euch der eine oder andere hilfreiche Tipp dabei herausspringt und euch auch hilft, dann eure Reise mit einem Wohnmobil zu planen oder die Entscheidung, ob ihr das machen möchtet oder nicht. In diesem Video werde ich darüber reden, was war meine Motivation, das Wohnmobil zu mieten, wer bin ich, was für eine Person bin ich, wer hat da gemietet und dass ihr auch so ein bisschen von dem Hintergrund zu mir erfahrt, wie war das, das Wohnmobil zu suchen und anzumieten, das Richtige auch zu finden für unseren Bedarf, wie war das, die Reise zu planen, also wie sind wir da vorgegangen, wir sind mit der Fähre gefahren, wir sind durch den Eurotunnel mit dem Zug, mit dem Wohnmobil, welche Route haben wir genommen, welche Sehenswürdigkeit haben wir uns angeschaut und wie war das, was haben wir alles eingepackt und mitgenommen, wofür haben wir uns entschieden oder auch nichts und wie ist es uns damit gegangen mit dieser Entscheidung, wie haben wir das Essen geplant und wie war die Erfahrung an sich, was ist da unterwegs alles passiert und was würde ich also für das nächste Mal für mich daraus schließen und im Großen und Ganzen würde ich dann noch am Ende, werde ich am Ende ein Fazit noch daran anschließen. Was ich nicht in diesem Video abdecken werde, ist die Vorbereitung so klamottentechnisch, was müsst ihr anziehen oder mitnehmen zum Anziehen, wenn ihr unterwegs seid, das ist von Ziel zu Ziel unterschiedlich und auch von den Bedürfnissen und Vorlieben her für jede Person unterschiedlich und genauso wenig geht es mir auch weniger darum, wie solche Wohnmobile oder iCamper zu bedienen sind, sondern vielmehr das Drumherum. Es gibt viele gute Videos im Internet, auf YouTube und woanders, die beschreiben, wie diese Wohnmobile, die ihr dann potenziell anbieten könnt, zu bedienen sind. Und wichtig für mich ist noch zu erwähnen, dass ich keinen Anspruch erhebe auf Vollständigkeit, also wenn ich jetzt hier eine Liste an euch rausgebe an Dingen, die ich mitgenommen habe, kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche essentiellen Dinge nicht abgedeckt sind, die für euch aber wichtig sind, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Ich kann auch keine Garantie dafür übernehmen, dass ich rechtlich korrekte Angaben mache. Meine Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen. Es handelt sich hierbei auch um meine persönlichen Vorlieben. Eure können ganz anders sein und das ist auch absolut legitim und gut so. Und für alles, was ich hier an Firmen und Produkten nenne, habe ich keinerlei Bezahlung bekommen. Es sind meine persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Also, wie fing alles an? Zu meiner Motivation. Generell kann ich euch sagen, ich reise sehr gerne. Ich bin schon immer viel unterwegs gewesen. Meine Familie ist auch in verschiedenen Ländern auf dieser Welt antreffbar, auch außerhalb von Europa. Und ich habe schon früh mit dem Ausland Erfahrungen gemacht dadurch. Ich liebe Irland. Irgendwann bin ich einmal, da war ich schon arbeitend, bin ich nach Irland gefahren. Und mir hat das da so gut gefallen, dass ich dann danach jahrelang, fast ein Jahrzehnt lang, immer wieder dorthin gefahren bin. Und weiterhin haben mich auch immer so Burkhotels fasziniert. In der letzten Zeit vor der Reise auch ein ganz bestimmtes in Irland, das nehme ich das Ashford Castle. Das ist verrückt teuer. Also bitte fallt nicht aus den Latschen, wenn ihr da nach den Preisen schaut. Mich hat das einfach gereizt. Ich wollte einfach mal sehen, wie das da ist, zu übernachten. Ich habe meine Mutter vor zwei Jahren an Krebs verloren. Und das hat einfach alles für mich in Relation gesetzt. Weil, ja, das Leben ist kurz und man weiß nicht, was morgen ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich wollte nicht unbedingt hinfliegen, so auch ein bisschen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und auch das Fliegen an sich vor dem Umweltaspekt war dann für mich ein Thema. Ich muss gestehen, ich habe mich letztendlich nie wirklich, bis vor kurzem, nie wirklich dazu informiert. Ich bin dann aber auch neulich auf eine Internetseite gegangen, die mir dann gesagt hat, dass der CO2-Ausstoß pro Person, den wir sozusagen verursacht haben durch die Reise von Berlin nach Irland und zurück, mit dem Wohnmobil mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte weniger CO2-Ausstoß bedeutet. Was mich dann doch auch recht beruhigt hat. Ich bin nämlich gefahren, auch zusammen mit meinem Kind und meiner besten Freundin. Und wir sind Vegetarier. Meine Tochter kann aber definitiv auch Fleisch essen, wenn sie möchte. Das enthalte ich ihr nicht vor, aber ich kaufe ganz, ganz selten tierische Produkte schon, also ich bin nicht vegan. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht mit Fahrrad fahren. Meine Tochter ist zu klein zum Fahrradfahren und dementsprechend sind wir dann ohne Fahrrad losgefahren. Wenn ihr ein Wohnmobil mietet, dann ist es wichtig zu wissen oder davon auszugehen, dass es wenig Privatsphäre gibt. Der Raum ist ja klein und beengt, auch wenn die Fotos oft so schön viel Räumlichkeit hergeben. Aber letztendlich, wenn man da drin steht, ist es dann doch eine ganz andere Nummer. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr Kontakt mit Fäkalien haben werdet. Es gibt die Toilettenkassette, die dann zu entleeren ist. Es sei denn, ihr schafft es irgendwie auf eurer Reise dort nicht auf Toilette zu gehen. Aber für uns war auch klar, ab und zu stellen wir uns auch mal irgendwo hin über Nacht und so weiter, wo jetzt nicht unbedingt der Campingplatz und die nächste Toilette fußhäufig in der Nähe ist. Und deswegen war das auch für mich klar. Dadurch, dass meine Eltern früher einen Garten hatten mit dem Plumpsklo, war das aber jetzt auch nicht so wie das Neue für mich. Es gibt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder es kann schon mal passieren, dass eine Panne mit dem Auto ist oder dass ihr im Stau steht. Das hatten wir auch alles. Und für uns, für unser Wohnmobil, war es auch so, dass wir das Wohnmobil umbauen mussten zum Schlafen. Wir haben zwei Betten gehabt, zwei getrennte Betten, einmal hinten im Heck und dann vorne im Wohnraum. Und es ist natürlich auch immer ein gewisser Aufwand zum Ankommen und Losfahren, wenn man sich irgendwo hinstellt, dass man auch alles irgendwie wieder rausholt, was man zum Wohnen braucht, zum Kochen braucht. Und genau, das gab dann auch immer ein bisschen hin und her, auch manchmal das Wohnmobil auszuleveln, wenn man irgendwo ein bisschen schräg steht. Und auch beim Losfahren, das wieder alles zurückzubauen und das Wohnmobil fahrfest zu machen, ist auch immer ein gewisser Aufwand. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Wohnmobilmieten ist teuer. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Für 15 Tage Miete haben wir in der Hochsaison 2250 Euro bezahlt. Natürlich kommen dann auch immer Sprit und AdBlue dazu. AdBlue ist bei Dieselfahrzeugen mit dabei. Soweit ich das verstanden habe, ist das auch zum Senken des Spritverbrauchs. Und dann natürlich kommt auch Essen dazu, Eintritt, wenn ihr irgendwo reingehen wollt, was Eintritt kostet. Es gibt ja natürlich auch kostenlose Aktivitäten, aber manchmal will man auch irgendwo mal reinschauen. Und manchmal auch, ja, sind wir irgendwo drinnen essen gegangen. Also wir waren in einem Pub mal und haben gegessen und so weiter. Also das kommt dann auch alles mit dazu. Und natürlich, wer nicht so gerne selbst kocht und mit einem Wohnmobil unterwegs ist, das könnte natürlich auch so eine Herausforderung sein. Auf der positiven Seite, wer sich für ein Wohnmobil entscheidet, der kann flexibel planen oder die. Wir haben uns auch öfter mal auf den Parkplatz gestellt und gekocht. Also es ist schon mindestens zweimal vorgekommen, wenn wir irgendwo die Reise, wenn wir zum Beispiel auf den Eurotunnel auf unseren Zug gewartet haben oder wenn sich das einfach mal ergeben hatte. Wir hatten das Klo mal dabei. Das war sehr praktisch, weil wir uns dann auch mal schnell irgendwo an den Straßenrand oder ganz einfach einen Autobahnparkplatz nehmen konnten. Oder nur Dixi-Klo stand und haben gesagt, okay, wir nehmen unsere Toilette hier jetzt genauso gut. Oder noch viel besser, nicht genauso gut. Wir hatten die Dusche immer dabei. Haben wir letztendlich nie genutzt, aber ich fand gut, die Möglichkeit zu haben. Und wir konnten natürlich individuell planen, wo wir alles langfahren, was wir essen wollen. Dadurch, dass wir beide Vegetarier waren oder immer noch sind und auch teilweise Laktoseintolerant. Und ja, man ist dann doch auch mehr am draußen dran in so einem kleinen Wohnmobil. Man macht die Tür auf, macht einen Schritt und man ist schon raus. Jetzt geht es zur Suche. Wie bin ich da vorgegangen? Ich habe, wir haben uns unterhalten oder ausgetauscht, meine beste Freundin und ich, was wir suchen für ein Wohnmobil. Es war schon klar, dass wir in Irland schmale Straßen vorfinden. Und definitiv auch war für mich außer Frage ein Camper-Vermitt-Aufstelldach. Einfach auch, weil das halt wie so ein Zelt ist und die Geräuschkulisse drumherum im Zweifel eine höhere ist. Also, dass wir da auch mehr Ruhe im Wohnmobil haben, war dann so mein Wunsch. Und weiterhin war dann auch ziemlich bald klar, dadurch, dass die schon malen Straßen sind, dass wir einen Kastenwagen besser finden als das klassische Wohnmobil. Ich hatte auch geguckt nach Modellen mit Hubbett, hatte auch eins gefunden, das ganz interessant aussah, aber letztendlich war ich auch relativ spät dran mit der Suche nach einem Mietwohnmobil, dass da auch das Modell, womit ich geliebäugelt hatte, gar nicht mehr verfügbar war. Und übrigens, auch wenn ihr jetzt dieses Video schaut und noch nicht für diesen Sommer gebucht habt, jetzt haben wir also, ja, das erste Drittel vom Februar ist jetzt nun vorbei, dann seid ihr schon ziemlich spät dran und ihr müsst euch da jetzt wirklich ranhalten. Und ich hoffe, und ich drücke euch alle Daumen, falls ihr da noch auf der Suche seid, dass ihr da was findet. Bei Hubbett, Hubbett ist ein Bett, was man entweder hoch und runter fahren kann oder mit einfachen Handgriffen so zurechtklappen kann und dann darauf schlafen kann. Manchmal halt oben in diesem Kastenwagen, manchmal auch hinten teilweise, je nachdem, wie die Wohnmobile aufgebaut sind. Wir sind jetzt endlich auch das Hauptbett, also das mein Kind und ich uns geteilt haben, war dann quer zu farbern, das heißt, wer auch immer dann hinter der anderen Person schlägt, muss immer über diejenige Person hin drüber steigen, um nochmal vielleicht auf Toilette zu gehen und so weiter. Wir hatten dann letztendlich einen Kastenwagen mit Solar, einfach um sicher zu sein, dass dann auch die Stromversorgung gesichert ist, falls wir mal länger unterwegs sind, ohne irgendwo an Landstrom angeschlossen zu sein. Wir hatten einen Kastenwagen, der war sechs Meter lang. Es gibt auch kürzere oder längere Modelle. Sechs Meter war gut. Die kürzeren, die sind natürlich auch dann überall, also auf der ganzen Linie kompakter. Aber der sechs Meter war dann ein guter Kompromiss. Wir hatten mehrere Betten. Einmal hinten das Hauptbett und dann vorne der Tisch. Und die, die nicht, konnten dann umgebaut werden zu einem Einzelbett. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben dann bei einer Firma gemietet. Ich habe verschiedene Anfragen gestellt über Portale, wo Privatanbieter ihre Wohnmobile anbieten zu mieten. Und die Rücklaufquote, also die Antwortquote war fast gegen null. Und irgendwann war ich dann nur noch frustriert und gedacht, so, nee, dann gehe ich halt über eine Firma. Und letztendlich haben wir dann auch noch ein Reinigungspaket dazu gebucht. Zumindest war das im Angebot und auch notwendig, dann das Wohnmobile gereinigt zu übergeben. Und was haben wir dann gemacht, um dann am Ende der Reise einfach nicht die Zeit unseres Urlaubs damit zu verbringen, das Wohnmobile gründlich zu reinigen. Für die Planung der Reise habe ich eine Google-Tabelle angelegt mit verschiedenen Tabs für die verschiedenen Aspekte der Reise. Ein Tab war für die Rute, ein Tab war für das Essen und ein Tab zum Beispiel für die Mitnehmsel. Also damit konnte ich dann mit meiner besten Freundin online unabhängig miteinander, voneinander eintragen, was da so notwendig war. Und in dem guten Tab habe ich dann die wichtigen Punkte angelegt und immer so die Etappen festgelegt. Hier ganz wichtig, wir hatten einen Zeitraum von zwei Wochen, das heißt, wir waren schon einigermaßen begrenzt in der Planung und mussten natürlich auch dementsprechend Strecke schaffen. Im Nachhinein kann ich sagen, drei bis vier Stunden fahren am Tag ist okay, fünf Stunden sind schon echt viel und dann ist eigentlich nur noch der Tag, besteht dann nur noch Ausfahren. Also mein Tipp für euch, drei bis vier Stunden Fahrt planen und dann da einen Stopp einlegen, wäre die Empfehlung. Wir hatten auch kein Navi oder kein Navigationssystem, wie z.B. Wohnmobile. Das hat uns dann teilweise auf Straßen geführt, dass die nicht so gut für Wohnmobile geeignet sind, z.B. zu schmale Straßen. Und hier kann ich auch empfehlen, dass ihr euch das Geld ans Bein bindet, um das zu machen. Es gibt auch eine kostenlose Planungsmöglichkeit, z.B. vom ADAC. Aber wenn man dann direkt unterwegs ist, ist der Zugriff im Zweifel dann auch nicht ganz so unproblematisch. Für die Stops oder auch für unterwegs habe ich dann genau auf dieser Routenplanung auch eingetragen, was da so unterwegs an Sehenswürdigkeiten ist. Meine beste Freundin ist sehr großer Harry-Potter-Fan und für uns war dann klar, wir legen einen Zwischenstopp ein bei London, um uns da die Harry-Potter-Studio-Tour, uns da hinzugegeben und da den Tag dann mit zu verbringen. Und auch unterwegs durch Großbritannien haben wir den ein oder anderen Drehort dann noch aufgesucht. Da gab es noch in der Nähe von London die Straße, wo der ursprüngliche Privet Drive für diejenigen, die Harry Potter kennen, war. Und weiterhin sind wir auch so noch der Laycock Abbey gefahren, da wo auch einige Drehs stattgefunden haben für Harry Potter. Beides sehr schöne Ziele, kann ich sehr empfehlen. Was ich euch noch empfehlen kann, ist immer noch Alternativen einzutragen. Das heißt, wenn irgendwie sich was ergibt, dass ihr dann sagen könnt, okay, da können wir spontan auch noch hin oder das möchte ich mir auch noch ansehen. Aber generell nehmt euch nicht zu viel vor oder seid euch wirklich sicher, was ihr unbedingt machen möchtet und was ihr auch im Zweifel auslassen könnt, falls es zu viel wird. Ich habe auch über Google Maps mir eine eigene Karte mit gespeicherten Orten erstellt, die ich auch mit meiner besten Freundin geteilt habe. Und so hatte ich dann auch immer am Telefon gleich zur Hand die Örtlichkeiten, die mir wichtig waren, sowohl für Sehenswürdigkeiten als auch für Stellplätze. Wir mussten beim Rückweg ganz schön durchheizen, sag ich jetzt mal, um wieder zurückzukommen, einfach auch von Zeitgründen her, weil auch die Hotelbuchung zeitlich nicht ganz günstig gelegen hat. Ich hätte gerne einen Tag früher die Anreise gehabt und auch die Abreise, aber das Hotel hat einfach die Verfügbarkeit nicht mehr. Ansonsten der Eurotunnel, da kann ich empfehlen auch die App zu nutzen, die hilft euch dann auch das Anfahren des Ports sozusagen. Also ich hätte das mit der normalen Google-Navigation, ich habe es irgendwie nicht gefunden, da waren die Apps sehr, sehr hilfreich. Und auch bei der Fähre, da fand ich ganz gut, dass es da die Möglichkeit gab, dann auch mit SMS benachrichtigt zu werden. Wir sind dann auf dem Hinweg von Wales ausgefahren nach Roslare und dann der Rückweg war von Dublin nach Fischgard. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verwechselt, ansonsten blende ich irgendwo jetzt die Korrektur ein. Und auch hier bei der Fähre kann ich sehr empfehlen, immer wirklich auch sehr pünktlich zu sein, denn wer sehr pünktlich da ist, darf auch zuerst an Bord fahren, sowohl bei der Fähre als auch beim Eurotunnel. Und was auch beim Eurotunnel definitiv mal passieren kann, ist, dass sich so zeitlich etwas verzögert. Das Schöne am Eurotunnel ist, es gibt Zeitfenster, in die man dann reingelassen wird. Und das heißt, wer auch ein bisschen früher da ist, als die eigentliche Buchungszeit oder später, das geht auch alles. Und das fand ich ganz praktisch, dass man dann nicht an dieses eine Gefährte gebunden ist, um dann über das Wasser oder unter dem Wasser durchzukommen. Für Parkplätze habe ich dann verschiedene Apps benutzt, für Campingplätze. Die Campingplätze habe ich online gebucht am PC, aber auch hier gibt es sozusagen für UK und Irland, das nennt sich dann Search for Sites. Das war ganz praktisch. Park for Night wird sicherlich auch in anderen Videos, die ihr euch wahrscheinlich anschaut, genannt. Eine sehr hilfreiche App und ich habe hier auch bei allen Apps, die ich da benutzt habe, mich entschieden, die zahlbare Variante zu nehmen, einfach um dann auch mehr Möglichkeiten der Nutzung zu haben und auch dann die Firmen zu unterstützen, die genau diese Apps entwickeln, weil irgendwo wollen die ja auch ihr Geld verdienen und müssen auch ihre Leute bezahlen. Und in Irland gab es noch die App Motor Home Parking, die war auch ganz gut. Park for Night und Search for Sites waren schon die beiden besten. Beim Campen in Großbritannien auf jeden Fall, bei Irland kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, gibt es oft auch Club Sites. Das heißt, man muss Clubmitglied sein, um auf diesen Sites stehen zu dürfen. Ich habe mich dann gegen diese Sites und dieses Clubmitglied sein entschieden, weil es sich einfach monetär nicht gelohnt hat und wir haben dann letztendlich ganz gute Alternativen gefunden. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist in Großbritannien, zumindest im englischen Teil in England, ist es illegal, freizustehen. Das heißt, entweder ihr fahrt auf Campingplätze oder es gibt auch Pubs, die anbieten, dass man sich mit auf den Parkplatz stellt. Vielleicht auf ein Bierchen in den Papp reingeht oder auf ein Abendessen und dann da ein gern gesehener Gast ist und auch zur Übernachtung bleiben kann. In Deutschland ist es nicht ganz so streng, aber auch hier seid bitte umsichtig und auch generell überall, wo ihr frei steht, seid bitte umsichtig. Und schaut, wie ihr euch behaltet vor Ort und auch mit der Umwelt gegenüber. Dazu gehört auch euer Grauwasser, also das benutzte Wasser, was ihr vielleicht zum Obst abspülen oder was auch immer benutzt, nicht in die Gegend schüttet. Und auch euren Camper benutzt, um auf Toilette zu gehen. Und auch alles ordnungsgemäß entsorgt. In Schottland übrigens, habe ich gehört, ist Freistehen nicht illegal. Zum Essen. Wir hatten noch eine Liste mit Sachen, die wir zum Essen einpacken wollten. Und letztendlich kann ich sagen, plant ein bisschen genauer. Wir haben einfach nur eine Liste gemacht mit allen Sachen, die wir mal essen wollen. Und es war zu viel. Wir hätten doppelt so lange unterwegs sein können und immer noch uns Essen kochen können. Und letztendlich rechnet auch damit, vielleicht, es sei denn, ihr schließt es kategorisch aus, weil bei uns hat sich das dann auch so ergeben, dass wir auch mal nicht im Camper gegessen haben, sondern bei der Unterkunft oder beim Campingplatz oder unterwegs, beim Pub. Und letztendlich haben wir nicht jeden Tag auch genau alle Mahlzeiten im Wohnmobil zu uns genommen und hätten dann auch das ein oder andere an Essen nicht mitnehmen brauchen. Wir hatten auch schnell verderbliche Lebensmittel dabei. Und es ist auch leider nicht vermeidbar gewesen, dass wir doch das ein oder andere dann wegschmeißen mussten. Es hat sich zum Glück in Grenzen gehalten, aber bitte passt auf, wenn ihr sowas mitnehmt, dass ihr dann auch wirklich direkt einplant, wann das definitiv gegessen wird, dass ihr dann nicht das gleiche habt wie wir. Weil ich vermeide auch, so gut es geht, Essen wegzuschmeißen. Für die zwei Wochen im Kastenwagen haben wir auf jeden Fall mitgenommen, das Paket, das uns der Wohnmobilvermieter angeboten hat. Da ist es ein Küchenpaket mit Tellern, Bechern, Schüsseln, Kochbesteck, Kochtöpfen und Pfannen. Und ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ein Sieb war dabei, ein Stieltopf, eine Reibe, Messer und Bretter. Auch natürlich eine Schere und eine Bialetti. Die haben wir dann zu Hause gelassen, weil ich persönlich dann doch lieber aus einer French Press, ich brauche meinen Kaffee, trinke und wir hatten noch eine Falschüssel dabei, die sehr praktisch war, um dann vor Ort am Campingplatz Geschirr waschen zu gehen. Also das war schon alles drin. Wir hatten weiterhin auch drin zwei Stühle und einen Tisch, den wir aber letztendlich nicht benutzt haben, weil das Wetter es nicht so sehr zugelassen hat. Und der Tisch war auch sehr schwer handhabbar. Also wir haben dann echt zu tun gehabt, das Ding wieder zusammenzuklappen, nachdem wir den Versuch gestartet hatten, uns draußen häuslich einzurichten. Ansonsten haben wir mitgenommen Musik, eine Box für das Kind, also auch auf meinem Telefon Kindermusik für Unterwegs- und Unterhaltung. Letztendlich war dann das Problem, dass mein Telefon nicht geladen hat an dem normalen USB-Anschluss. Anscheinend war das eine Spannung, die dann nicht ausgereicht hat, dass sich das Telefon lädt, sondern das ging immer nur während des Fahrens. Und letztendlich konnte mein Kind nur selektiv Musik hören, hat aber sehr gut trotzdem mitgemacht. Also ich hatte echt großes Glück gehabt. Für alle Fälle hatte ich einen Reisestecker dabei, weil Großbritannien und Irland andere Steckdosen haben. Wir haben Sonnencreme mitgenommen. Definitiv ist Sonnencreme in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern so viel günstiger bei der Drogerie. Also packt sie es unbedingt mit ein, denkt da dran. Anti-Mück und Anti-Zek hatten wir auch dabei, letztendlich aber nicht benutzt. Natürlich Sonnenbrille, Wasserflaschen haben wir mitgenommen. Wir hatten auch einen 10 Liter Wasserkanister mitgenommen, der uns sehr, sehr gute Dienste geleistet hat, weil wir dem Wassertank nicht so 100% getraut haben des Wohnmobils. Was uns gefehlt hat am Campingplatz war dann ein Trichter. Also an keinem der Campingplätze, die wir benutzt haben, das waren jetzt schon so ad hoc, fallen mir vier ein, war das Wassersystem das gleiche. Und es gab mal einen Schlauch, dann gab es einfach nur irgendwo mitten auf dem Feld einen Wasserhahn zur Benutzung. Also es war sehr, sehr interessant, wie so die Wasserversorgung gestaltet war, je nachdem, wo wir standen. Wir haben Küchenpapier mitgenommen, hat uns auch sehr gute Dienste geleistet für verschiedene Situationen. Wir hatten einen Handfeger, das kam von dem Vermieter, Handfeger und so eine Kehrschaufel, Kehrblech. Sicherheitshalber hatte ich noch dabei, Multitool und ein Taschenmesser, die letztendlich nicht zum Einsatz gekommen sind, aber ein gutes Gefühl uns gegeben haben. Gehabt hätten wir gerne eine Fußmatte, weil durch das Ein- und Raussteigen aus dem Wohnmobil trägt man dann doch, je nachdem wo man steht, einiges an Schmutz rein und hätte uns das eine oder andere Mal kehren im Wohnmobil erspart wahrscheinlich. Wir hätten noch ein dünnes Tuch dabei, so eine Stoffbahn auch zum Zudecken fürs Kind oder zum Unterlegen auf die NET, auf die Sitzgruppe, für den Fall des Kleckerns, für das Kind, das war gut. Letztendlich aber, mein Kind kleckert nicht so viel, weil das war also nicht unbedingt notwendig. Und mitgehabt hätten wir gerne auch Duct Tape, also dieses Gewebeklebeband, um gröbere Dinge gut zu verkleben und zu befestigen. Gut erwiesen haben sich Wäscheklammern, um Lappen, Handtücher etc. auch mal so aufzuhängen oder gewaschene Wäsche teilweise auch so über Kanten im Wohnmobil. Kleingeld war sehr praktisch für Mautstellen auf der Autobahn oder auch am Campingplatz. Da habe ich gehört, dass es öfter mal vorkommt, dass da die Automaten, die Frischwasser oder Entsorgung, wie auch immer, da bieten, dass die auch mit Kleingeld funktionieren. Also Kleingeld hat uns sehr gute Dienste geleistet und dabei gehabt hätten wir gerne auch eine Dose, eine Superdose oder zwei. Wir hatten letztendlich ein kleines Döschen, wo vorher was anderes drin gewesen ist oder wir haben irgendwelche Essensreste dann auch in den Schüsseln, die uns zur Verfügung standen, aufgewahrt. Aber da hat es uns einfach gefehlt. Weiterhin mitgenommen habe ich einen kleinen Topf. Also das war so kleiner gewesen als 20 cm Durchmesser mit Glasdeckel. Einfach auch zum schnellen Erhitzen von Wasser. Das war sehr gut. Das war als Kesselersatz oder auch generell von Kochen von kleinen Mengen Milch etc. Wir hatten einen manuellen Milchaufschwürmer dabei. Der hat uns sehr, sehr gute Dienste geleistet. Wir hatten biologisch abbaubare Spülmittel dabei für das Geschirr. Einfach um sicher zu sein. Letztendlich haben wir nirgendwo etwas hinschütten müssen von unserem Abwasch. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist und nicht weiß, wo man sein Graubas entsorgen kann, finde ich, gibt es ein gutes Gefühl. Also hätten wir die Toilette zum Entsorgen benutzen müssen zum Beispiel. Zum Abspülen, Waschlappen oder Bürste, je nachdem wie eure Vorlieben da sind. Geschirrtücher, lieber eins mehr als eins weniger einpacken. Weiterhin Gewürze in so einer Wochenpillendose, Montag bis Sonntag und dann verschiedene Gewürze in die einzelnen Wochentage einsortiert. Das war gut. Habe ich dann mit so kleinen Klebepunkten beschriftet, was da drin ist. Ich hatte auch kleine Olivenöle und Gewürze vorbereitet in kleinen Mengen von verschiedenen Quellen. Es gibt es manchmal wirklich dann so für einzelne Kochdurchgänge, sage ich jetzt mal. Und zum Anwenden hat sich gut erwiesen. Das nächste Ball für unterwegs, wenn wir nicht wussten, wann wir jetzt uns, oder wenn wir noch warten wollten mit uns, wirklich hinstellen und was kochen. Dann hatte ich mir einen Campingbackofen geleistet, in dem Fall von Maria, weil der, das was die meisten kennen, habe ich gerade den Namen vergessen, das war mir einen Ticken zu teuer. Und der Maria hat uns dann auch gute Dienste geleistet, oder die Maria, also die Maria nicht, also der Campingbackofen. Ich hatte noch einen extra Deckel mitgenommen, weil die Töpfe, die wir vom Vermieter bekommen hatten, vom Wohnmobilvermieter, die waren ohne Deckel, interessanterweise. Und ich war auch sehr froh, dass wir den Deckel noch extra mit hatten. Ich habe Seife mitgenommen, einmal fürs Bad, aber auch für die Küche wäre eine Seife mehr hilfreich gewesen. Und dann noch ein Wasserfilter. Für alle Fälle, letztendlich haben wir den Wasserfilter nicht wirklich benutzt. Und auch hier, je nachdem, was ihr vorhabt, ist dann vielleicht auch ein Wasserfilter keine schlechte Überlebung. Und für den Sanitärbereich im Wohnmobil hatten wir dabei WC-Zusatz. Hatte ich auch selber bestellt, aber auch überraschenderweise vom Vermieter bekommen. Und da kann ich empfehlen Soul Bio. Das war das, was wir bekommen hatten. Hat mir besser gefallen, als das, was ich hatte. Und zweileigiges Toilettenpapier, weil sich das besser zersetzt in der Campingtoilette. Wir hatten eine Seitenschale, nebst Seife natürlich, fürs Händewaschen nach dem Toilettengang. Und Händen, Tücher, so viel, wie ihr dann braucht, für die Zeit, in der ihr unterwegs seid. Auch dabei Reisehandtücher. Die haben sehr gute Dienste geleistet, auch dann über den entsprechender Größe, dann damit über den Campingplatz noch zu laufen. Und sehr gut als Alternative eignen sich auch Hammamtücher. Das sind relativ dünne Handtücher, so ein bisschen mehr wie Leinen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich aus Dornballe sind sie hergestellt. Und sie sind auch relativ groß und dünn, dadurch, dass sie eben so dünn sind, relativ schnell. Und natürlich auch das Übliche, was man so braucht, für die Hygieneartikel. Im Schlafbereich haben wir mitgenommen, eingepackt, Bettzeug. Der Vermieter hat es auch angeboten, aber das hat natürlich den auch extra gekostet. Haben wir also mitgenommen, Bettzeug und Kopfkissen. Hier hätte ein bis zwei Kopfkissen mehr geholfen. Hintergrund war, dass bei uns der Vermieter aus Versehen die falsche Auflage als Matratze mitgegeben hatte, auf den Tisch, den wir umbauen mussten jedes Mal nachts. Und da hat dann 20 cm Matratze gefehlt und das musste dann ein Kopfkissen ausgleichen, dass wir letztendlich auch zu wenig hatten. Also es ging letztendlich schon alles mit dem Schlafen, aber lieber dann noch ein Kopfkissen mehr. Und natürlich auch Unterhaltung, Bücher, Spiele, Tablet, wenn man, wer spielen möchte gerne oder sein Kind spielen lassen möchte. Und für die Klamotten generell kann ich sagen, packt lieber ein, zwei Sets mehr ein, dass ihr ein, zwei Tage länger versorgt seid, wenn es darum geht, hat der ein oder andere Campingplatz zeitliche Begrenzungen, wie lange die Waschmaschinen genutzt werden können. Und je nachdem, wann ihr da aufschlagt, am Ende des Tages kann es schon mal sein, dass ihr dann vor verschlossenen Türen steht. Ist mir passiert und es hat mich dann schon genervt. Für mein Kind, das hat dann vorne gelassen, aufgrund von Reisekrankheit. Nachteil hier war, dass dann bei Mautstationen, beim Linksverkehr, das dann problematisch wurde, dann auch das Geld zu zahlen. Zur Handbreit liegend hatten wir auch die Wohnmobilmaße, sowohl in Meter als auch in Feet and Inches. Je nachdem, wo man dann ist, wird dann nicht unbedingt immer das Metermaß angegeben, um einfach zu gucken, passen wir unter die nächste Brücke oder auf die nächste Straße, wenn das eine Begrenzung in der Breite gibt. Und sämtliche Buchungen, die ich vorgenommen hatte, hatte ich dann auch nochmal sicherheitshalber ausgedruckt, sowohl die Unterkünfte, als auch Campingplätze, Fähre und so weiter. Einfach für alle Fälle. Beim Fahren des Wohnmobils werdet ihr mehr Geräuschkulisse feststellen. Die ganzen Möbel mit den ganzen Inhalten klappern potenziell einfach etwas mehr und sind etwas lauter als ein regulärer PKW. Angenehm ist die Übersicht. Ihr sitzt definitiv höher und habt dann natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Straße. Beim Fahren mit dem Wohnmobil beachtet, wie ihr die Sachen ladet. Achtet darauf, dass die schweren Sachen eher unten sind als oben und auch, dass über die Länge des Wohnmobils die Verteilung einigermaßen schlüssig ist und einfach um den Schwerpunkt möglichst weit unten zu haben auf der Straße, wenn ihr zum Beispiel in die Kurve geht oder wenn es windig ist und so weiter, dass ihr da einfach mehr Stabilität habt im Wagen. Wir hatten Probleme mit dem Navi teilweise, weil trotz Aktualisierung die Straßen nicht immer unbedingt up to date waren laut Navi und Resultat war, dass wir auf dem Weg zum Eurotunnel auf dem Weg zurück nach Deutschland einmal eine ganz schöne Ehrenrunde gedreht haben, um zum Eurotunnel vorzukommen, weil da was gesperrt war. Wenn ihr immer mal auf Google schaut zur Navigation, kann ich euch empfehlen, die alternative Route wahrzunehmen ab 10 Minuten Zeitverzögerung. Alles andere wird einfach ein bisschen stressig, weil ihr über Landstraßen geleitet werdet, über Schleichwege und so weiter. Wenn ihr das wahrnehmt, das ist einfach auch anstrengender zu fahren und dadurch würde ich auch erst ab 10 Minuten in Erwägung ziehen, von der ursprünglichen Strecke auf der Autobahn abzureichen. Die Sitze im Wohnmobil. Vorne sind zwei Standard-Autositze. Hinten ist zumindest in dem Modell, was wir hatten, sind es auch zwei Sitze, aber da ist so die Sitzunterlage weicher gewesen und das hieß dann auch, wer hinten saß und am Rand saß, also das gleich am Gang, so haben wir es dann letztendlich auch gemacht, musste sich denn oder diejenige Person musste sich denn in der Kurve etwas festhalten, weil der Sitz, durch die Sitzunterfläche an sich nicht die Unterstützung gegeben hat, die ein normaler Autositz gibt durch diese ergonomische Formung. Beachtet längere Bremswege im Wohnmobil, halte lieber ein bisschen mehr Abstand, weil, ja, das Wohnmobil hat ein gewisses Gewicht und dadurch sind die Bremswege etwas länger. Es ist bei uns nichts passiert, aber es ist natürlich besser für eure Nerven und für das Adrenalin, wenn ihr da nicht fünf Zentimeter vor Aufschlag abzustehen könnt. Praktisch im Wohnmobil war, dass wir uns Sachen auch zureichen konnten, dadurch, dass mein Kind vorne saß, saß immer eine Erwachsene Person hinten und wenn jemand mal noch ein Snack wollte beim Fahren oder irgendwas anderes los war, hatte die Person hinten doch die Möglichkeit rüberzulangen in einen Schrank, um da noch einen Snack rauszuholen oder das, was notwendig war. Die Kindermusik hat bei uns leider nicht so funktioniert, wie auch schon eingemerkt. Mein Handy hat leider nicht einfach mal so in den USB-Anschlüssen geladen und dadurch war das auch ein Problem. Also überlegt euch, falls ihr Kinder habt, alternative Möglichkeiten, Musik abzuspielen, falls eine Variante hat. Google Maps hat uns verhindert, Schwierigkeiten zu haben, beim Eurotunnel anzukommen. Wir hatten einmal veraltete Straßeninformationen vom Navigationsgerät und eine Abfahrt war gesperrt. Zum Glück wusste Google Maps davon mehr und hat uns letztendlich dann geholfen, noch den richtigen Weg zu finden, aber ansonsten hatten wir dann auf jeden Fall eine Ehrenrunde gedreht. Ansonsten, wenn ihr fahrt und ihr seid irgendwo, es gibt bei den allermeisten Wohnmobilen hinten die Rückfahrkamera, lasst euch im Zweifel jedoch einweisen. Es sind andere Dimensionen und das Wohnmobil behält sich einfach ein bisschen anders, auch vom Wendekreis als ihr vielleicht auch oder wahrscheinlich gewöhnt seid von euren privaten Autos. Nachts parken mit dem Wohnmobil. Die Campingplatz-Situation war relativ erträglich, außer auf einem Campingplatz war doch noch ganz gut Kapazität da, sowohl bei offiziell möglichen Freistehplätzen in Deutschland als auch bei anderen Campingplätzen, auf denen wir letztendlich dann auch waren. Wichtig für euch zu wissen, wenn ihr ankommt, Planzeit ein mit Grauwasser entleeren, Toilette entleeren, Wasser nachfüllen und so weiter, entweder zum Ankommen oder zum Abfahren. Wahrscheinlich macht das kurz vor der Abfahrt dann doch ein bisschen mehr Sinn, weil ihr dann während des Aufenthaltes natürlich auch Wasser verbraucht. Anstrom anschließen, rausfinden, wie das geht, rausfinden, wo ist die Wäsche zu waschen, was kostet das, geht das überhaupt noch, wie schon erwähnt. Und einmal habe ich Wäsche gewaschen auf dem Campingplatz und es war saumäßig teuer. Also ich bin echt aus allen Natschen gekippt, aber ich musste waschen und deswegen habe ich es dann auch gemacht. In Deutschland und in Großbritannien haben wir dann auch teilweise Stehplätze aufgesucht mit Spielplatz nebendran für mein Kind. Das war sehr praktisch. Das waren dann auch nicht unbedingt immer Campingplätze. Es gab immer mal das eine oder andere Wohnmobil, das sich da auch auf den Parkplatz dazu gestellt hatte und das war dann auch ein gutes Gefühl, dass wir da nicht ganz alleine standen. Eines Morgens hatten wir in Großbritannien eine Sportgruppe, ich glaube es war Samstag früh oder so, eine Sportgruppe und das war schon morgens um sieben so aus dem Schlaf geweckt zu werden. Das war mal was zum Glück standen, wenn nicht direkt daneben, wo sie da ihre Musik angemacht haben und ihre Übungen vollführt haben, aber ja, denkt auch daran, dass das mal sein kann. Und in Großbritannien war es sehr schön bei den Pubs einzukehren. Wir haben zweimal bei Pubs gestanden und die Pubs sind ja sozusagen die öffentlichen Wohnzimmer in den englischsprachigen Ländern und ich kann sehr, sehr empfehlen auch mal in ein Pub reinzugehen und da Abendessen zu essen oder auch einfach mal sich auf ein Bier reinzusetzen. Beim Parken in Dublin in der Nähe von der Fähre, wir hatten eine relativ frühe Verbindung, haben wir schon gemerkt, es war okay, dass wir da standen, aber seid vorsichtig, wo ihr euch da hinstellt. Einmal auch von den Ecken, also je nachdem, in welcher Stadt oder in welchem Ort ihr da seid, dass ihr euch auch unbedingt sicher fühlen solltet und zum anderen, dass ihr da nicht das Wohngebiet vollstellt. Wir hatten Glück mit der Platzsuche und wir wurden geduldet, aber ich glaube, wahrgenommen zu haben, dass wir nicht mit absoluter Begeisterung dort wahrgenommen wurden, aber wir wurden zumindest geduldet. Das Fazit zur Wohnmobilreise, ich würde es wieder tun, ich werde es wieder tun, diesen Sommer geht es nach Schottland. Es macht Spaß, so mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, so flexibel zu sein, alles dabei zu haben, was man braucht. Es ist definitiv eine Herausforderung, wenn es darum geht, einen Parkplatz zu finden, bisweilen mussten wir dann auch wirklich sehr flexibel sein, aber es hat alles geklappt und wir haben viele unerwartete, schöne Erfahrungen, Erlebnisse gehabt. Seit der Reise mit dem Wohnmobil gehe ich bewusst auch mit Wasser, weil jedes bisschen zählt, was man da am Tank hat und auch jetzt noch gese ich mit Grauwasser hier meine Plümchen zu Hause. Es ist aber auch stressig gewesen, wir hatten eine Panne, die hat uns einen Tag gekostet und wir hatten unsägliches Glück, dass da ein Mechaniker ein Auge zugedrückt hat, sich unter das Auto gelegt und zwei Schrauben festgezurrt hat, während andere Werkstätten uns abgewiesen haben und gesagt haben, wir haben so viel zu tun, wir haben hier Covid, keine Kapazität in den nächsten Wochen und dann dachte ich schon so, ach du, wir waren am äußersten Zipfel von unserer Reise sozusagen, also nicht mal in der Nähe von zu Hause. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, es waren die ein oder anderen hilfreichen Tipps für euch dabei, ich freue mich über einen Daumen hoch oder über ein Abo, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, schickt mir eine Nachricht, wenn ich Tipps vergessen habe, die ihr wichtig findet für eine Reise mit dem Mietwohnmobil, teilt es gerne mit den anderen und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.